Willkommen Leute zur nächsten Folge Let's Play Together mit Streetmaster 2000 Hallo Und ja, wir haben hier angefangen mit dem Brunnen, beziehungsweise ich Und ja, ich versuche den jetzt noch fertigzustellen Und in der letzten Folge haben wir auch eine wichtige Frage geklärt Deswegen, wenn ihr sie verpasst habt, schaut mal bei Streetskornal vorbei Die ist extrem wichtig, die Frage Ja Nicht verpassen Genau, und Ich mache da oben mal kurz die letzten Slaps dran Und da haben wir den auch schon fertig Ich würde sagen, hier die Ecken lasse ich aus Und dann passt das So Vielleicht kann man da noch drunter rum so ein bisschen Deko machen Damit er nicht einfach nur so rumsteht Und auf jeden Fall hier noch ein bisschen tiefer rein So Weil es soll ja auch realistisch sein Wie in meinem Let's Play habe ich auch so einen Brunnen gebaut Der war auch relativ tief Da kann man ja wieder so einen Kessel reinsetzen Das wäre auch wieder eine Idee Soll ich mal einen Craften Kessel? Ja, kann es schon mal machen Werfen wir dann einfach hier rein Oder nee, am besten Behalten oben Weil ich muss dann sowieso nochmal hoch Und den von oben setzen Das ist besser Ich würde dann nämlich so Iron Bars von oben nach unten führen Ah gut, da habe ich jetzt Glas hingemacht An den Block Das ist ja eigentlich egal Glas kann ja auch Iron Bars halten So Ich denke mal, von der Tiefe her sollte es reichen Am besten wäre es, wenn wir hier unten Bermost machen Und oben dann nicht mehr Aber Jetzt ist einmal da oben auch schon sowas Da lasse ich es jetzt so So Würde ich dann manchmal auch irgendwie so Einfach hier einfach den Kompost drauf einsetzen können Ja, so Einzelne Habe ich auch schon gedacht Aber Ich weiß noch nicht, ob das gut aussieht So, ich habe jetzt mal ein Thumbnail gemacht Wie du so runter guckst Okay So Das wirft Fragen auf Da klicken die Leute drauf So Da gucken wir mal Ja, ich müsste dann jetzt hier irgendwie Erde hin machen Und dann halt Wasser drauf So Schön produktiv wieder Hä, lol Warum? Das wird Minicraft Attack nachmachen Minicraft Attack, wieso? Äh, Qiyun und so Dann tue die auch einfach so Ach, okay Okay Aber die haben meistens einen Grund Weil sie irgendwo weit entfernt stehen Und Dann Heim wollen Ich war auch total weit entfernt Hm Okay Oh Mann, ey So Also ich mache das Wasser jetzt unten rein Erst wollte ich es oben hin machen, aber Ich glaube unten ist sinnvoller Sonst macht der Kessel keinen Sinn So Okay Okay Ja, aber den Rest machen wir in der nächsten Folge fertig bei Street Ich würde sagen, das wäre es gewesen von heute Schaut bei ihm vorbei auf dem Kanal Da geht es weiter Und dann tschüss Tschüss Tschüss